Guten Morgen zusammen. Heute mit Blick zum Wochenstart in Euro, US-Dollar, Austral-Dollar, US-Dollar und das Währungspaar Euro, Kanadischer Dollar. Vorab noch ein kleiner Schub ins Öl. Das habe ich jetzt morgens auch wieder angeschaut. Da haben wir ja in der letzten Woche den Ausbruch aus dem Keil gehabt. Mal schauen, wie sich es weiterentwickelt. Heute auf alle Fälle ein schwacher Wochenstart, ein schwaches Wochenende. Das könnte durchaus dazu führen, dass das Short-Setup in Kürze wirklich getriggert wird. Und zwar das auf größerer Zeitebene an dieser Stelle. Das heißt an dieser Stelle, danke fürs Einschalten. Allen zusammen den guten Morgen. Und wir blicken jetzt in den Risikohinweis. Hier sehen wir es. Der Handel mit den Wiesen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das, was hier steht, bitte ich auch in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Und gleichzeitig auch noch die Bitte, wer mag hier den einen oder anderen Wunschmarkt, kann ich analysieren. Bitte rein in die Chats auf Facebook oder auch auf Zoom. Und dann können wir direkt damit entsprechend auch loslegen. Wir machen weiter mit dem Blick in die Nachrichten. Gute Nachrichten heute Nacht oder beziehungsweise heute am frühen Morgen. Aus China, wir sehen es, der HSBC Einkaufsmanagerindex, das ist fürs Inland, für das verarbeitende Gewerbe, ist weiterhin angestiegen. Das ist erst einmal ein gutes Zeichen. Ja, ich weiß, auch wenn der ein oder andere sagt, ja, das ist ja alles nur durch inländische Nachfrage, durch den Staat initiiert. Und wir wissen eh nicht, was dort im Hintergrund passiert. Diese guten Zahlen sind allerdings positiv. Und wenn sich das Ganze stetig fortsetzt, wird das natürlich dann irgendwann auch in der Wirtschaft ankommen. Mittelfristig sozusagen dann möglicherweise schwappt sowas dann auch über, dass dann irgendwann die Wirtschaft sich so weit bessert, dass man dann auch wieder das Wachstum auf der Importseite auch mit hat. Schauen wir uns das Ganze mal an. Das steht heute auf der Agenda in der wichtigen Woche, wo der US-Arbeitsmarktbericht kommt. Heute am Montag, 9.55 Uhr, bekommen wir aus Deutschland den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Das Ganze dann um 10 Uhr aus der EU, aus Großbritannien um 10.30 Uhr gleiches. Und aus den USA dann am Nachmittag reihen wir uns hinten an ebenfalls den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Um 15.45 Uhr gibt es dann den ISM, Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Und damit ist der Tag schon durch. Mit Blick in die drei wichtigsten Sachen oder beziehungsweise die wichtigsten Sachen, die wir heute hier auf der Uhr haben. Übrigens, wir haben heute Kanada mit auf der Uhr, den Euro-Candala. Und Kanada ist heute Feiertag. Das einfach so ein bisschen mit im Hinterkopf behalten. Juhu, dann hätten wir das. Und ich würde sagen, wir machen weiter direkt hier mit dem Blick in die Charts. Und da habe ich, ich habe es ja versprochen, wir schauen einfach mal kurz in das, was wir hier im WTI sehen. Also WTI hier, das Kürzel bei Tickmill ist XTI USD. Das Ganze hier mal mit dem Blick in den Chart hinein. Und wir sehen es, das ist mal der Wochenchart. Hier sehen wir die Keilformation, die in der letzten Woche schön nach unten ausgebrochen ist. Über dieses Short-Setup hatte ich ja schon vor längerer Zeit einmal was gesagt, dass hier oben der Markt mir sehr, sehr schwach erscheint. Und wenn das Ganze tatsächlich unten wegbrechen sollte, haben wir doch Platz auf der Unterseite. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal vom Wochenchart in den Tagesschart kurz an. Da sehen wir das Ganze besser hier. Wir sehen im Kleinsten, das ist das, was jetzt auch in der Stunde schon sehr, sehr schön ersichtlich ist, haben wir einen Abwärtstrend. Das heißt, der Markt ist hier trendig aus dieser Keilformation ausgebrochen. Das heißt, hier der Schub nach unten. Und wenn wir jetzt tatsächlich die Bestätigung bekommen, hier unten drunter weglaufen, unter 38,50, dann haben wir schön einen Abwärtstrend, den wir untergeordnet sehen. Und der kann dann ohne weiteres kurzfristig erstmal locker bis 34,35 fallen in diesem Drehrum. Das sind mal die charttechnischen Marker. Und für diejenigen, die das gerne mal eng und nah sehen wollen, hier haben wir es drin. Auch hier schalte ich mal kurz um, den höheren Zeitrahmen jetzt eingemacht. Also sozusagen jetzt bekommen wir hier mit dem MTUN Live-Signal mal den höheren, also den Tagesschart, wie er verläuft, eingeblendet. Und hier sehen wir es, wie schön der Markt nach unten trendet. Wartet, ich markiere das eben mal kurz für die, die das Ganze schön sehen wollen. Also schaut euch hier. Das ist das, was sozusagen innerhalb der Flagge angefangen hat. Und das hat es jetzt nach unten getrieben. Und jetzt haben wir hier halt die Korrektur. Und wenn sich das Ganze nach unten hin fortsetzt, dann haben wir wirklich gute Chancen, hier tiefer reinzulaufen. Und eine Seite ist hier wichtig zu sehen auf dem unteren Bereich. Schaut mal hier, das hier unten, diese Marke. Dieser kleine Bereich 39, 50 bis 39, 70 hier in diesem Drehbereich rum. Da unten sind wir herangelaufen, wieder hoch. Wenn das auch nach unten herangenommen wird oder abgenommen wird, dann haben wir gute Karten hier weiter nach unten zu laufen. Das sind so die ersten Initialen sozusagen, die wir hier haben. Und wenn wir auch mal die Entrybar kurz anmachen wollen, wir sehen es hier, wir sind sozusagen jetzt hier in die Korrektur reingelaufen. Und wenn es tatsächlich rumdreht, jetzt schon, dann ist es relativ schwach, die ganze Geschichte. Und das ist dann doch ein deutliches Zeichen, dass wir hier ohne weiteres gut und gerne weiter Potenzial zur Unterseite haben. Und das, wie schon gesagt, wenn wir uns das im Stundenchart mal anschauen, den muss ich jetzt mal ein bisschen zusammenraffen. Dann sehen wir halt unten drunter durch hier das Anlauflevel 36, 90 und hier die 34, 35. Und dieses Level hier unten bei 34, 35 hat noch eine deutlich höhere Relevanz, weil das spielt dann im Tageschart eine große Rolle. Weil dieses Level, wenn wir uns das mal anzeigen lassen wollen, hat hier mit Blick auf das größere Bild eine mehr oder weniger tragende Relevanz. Weil hier unten an dieser Stelle, schaut mal hier, das hier, dieser Bereich, das ist der Bereich vom Aufwärtstrend. Und dieser Aufwärtstrend hat sozusagen hier, wenn wir hier mal das Ganze reinnehmen wollen, da haben wir es da. Und hier hat es das Ganze so schön nach oben genommen. Ich weiß, wir sind hier mal so ein bisschen drüber gelupft. Ganz klar, im Kleinen ist natürlich jetzt hier schon, wenn man das Kleinste hier mal nehmen möchte, das schon rausgenommen. Im etwas größeren Bild hier, in dieser größeren Schwungreihe sozusagen, haben wir so hier dieser Bereich, 34, 35. Wenn der noch weggerissen wird, dann haben wir schön den Schub nach unten hin zu sehen. Und das ist das, was dann eine weitere Verkaufswelle nach unten treiben lassen könnte, falls hier Stopp oder Warten, was wahrscheinlich ist. Und wenn die ausgelöst werden, dann schiebt es den Markt tiefer. Und dann haben wir noch einen Kaufbereich hier unten um die Marke von etwas unter 29 US-Dollar fürs Barrel-Öl. Interessant, wie ich finde, definitiv für die Schwarzhäule. Für diejenigen, die sagen, wir trauen dem Frieden nicht, wir haben oben noch ein bisschen Potenzial. Ganz klar, es gibt ja immer beide Seiten zu beleuchten, wenn es tatsächlich oben drüber geht. Das heißt, wenn es hier nicht zum Bruch nach unten kommt, sondern wir eher die Oberseite sehen, dann wäre mal zumindest aus charttechnischer Sicht auf der Oberseite hier 48 Dollar, 48, 50. Ein guter Anlaufpunkt als Potenzial nach oben hin. Aber wie schon gesagt, da sollten wir dann wirklich mit Schmackes nach oben raufkommen. Und das sehe ich persönlich zumindest momentan beim Verhalten der Marktteilnehmer an dieser Stelle definitiv nicht. So, damit hätten wir WTI besprochen. Damit geht es dann auch direkt zu unseren Handelsideen für den heutigen Tag. Ich hatte es im Research am Sonntag auch geschrieben. Euro, US-Dollar, Austral-Dollar, US-Dollar und Euro-Kanadischer Dollar stehen sozusagen auf der Uhr. Auf der Uhr heißt, wir schauen da jetzt auch rein. Wir starten mit dem Währungspaar Austral-Dollar, US-Dollar. Da ist ja das ganze Währungspaar mal kurz gezeigt auf Tageschart. Bevor wir das im Detail in die Tiefe besprechen, möchte ich eben hier mit dieser Währung mal noch in entsprechend den längerfristigen Chart reingehen. Und der längerfristige Chart heißt an dieser Stelle, schaut es euch an, Wochenchart. Wir haben nach oben einiges offen. Wir haben jetzt einen wichtigen Bereich hier rausgenommen. Die 0,70,5. Das wäre eine Marke, das war ein ehemaliges Verkaufslevel. Da sind wir drüber. Und wir sind jetzt eben hoch oben reingelaufen auf die Marke von 72,27. Jetzt setzt Korrektur ein. Bei der Korrektur ist sehr, sehr interessant, was passiert zum einen am Wochen-Tief und zum anderen hier unten an dieser Support-Zone bei 0,70,5. Das ist interessant. Hier heißt es nämlich, bricht er unten drunter, haben wir ein bisschen tieferes Korrektur-Potenzial. Das schauen wir uns gleich an. Steigt er aber direkt oben drüber übers Hoch hier, übers Vorwochen-Hoch bei 72,27. Dann haben wir die Chancen weiter auf der Long-Seite. Hier drüben sind die nächsten Anlauf-Marker oben drauf beim Austral-Dollar. Wartet mal, US-Dollar genau. Das sind die Marker, die wir hier oben haben. Also 0,72,99. Also knapp 0,73. Beziehungsweise dann hier oben die 0,73,9. Sehr, sehr interessant zu sehen. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal eben kurz noch auf der Tagesbasis an. Und für das kurzfristige Trading macht es dann Sinn, dass wir nochmal kurz in den 4-Stunden-Chart schauen. Zuvor allerdings hier der Blick rein. Muss ich mal ein bisschen raffen, kurzen Augenblick. Hier sehen wir es halt. Schön der Aufwärtstrend nach oben gelaufen. Hier über das Widerstandslevel hinweg. Hier oben kam sozusagen die Umkehr. Und wenn wir mal kurz schauen wollen, wo die Umkehr kam. Schaut genau hier im Kursbereich hier drüben, als wir das erste Ziel markiert hatten. Hier um, jetzt muss ich mal kurz ranzoomen. Wo war es gewesen? Hier oben in diesem Drehbereich hier bei ungefähr 0,72. Das war das erste Ziel auf der Oberseite. Und schaut, wie schön wir da ran gelaufen sind, als wir von hier unten schön nach oben durchgetrieben wurden. Das Ganze. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Korrekturausweitung, was passiert oder wann haben wir ein technisches Signal für eine definitive Korrekturausweitung. Das heißt, wann müssen wir weit unten runter schauen. Das müssen wir dann, wenn dieser Unterstützungsbereich hier nicht hält. Das heißt, die Marke von 0,75 hat eine hohe Relevanz. Kurse darunter brechen quasi. Ich mache es mal kurz an. Hier diesen kleinen Aufwärtstrend, der hier nach oben läuft. Der wird dann rausgenommen. Das ist der Bewegungstrend sozusagen. Und immer wenn der gebrochen wird, ist das ein gutes Anzeichen dafür, dass die Korrektur mehr in die Tiefe reingeht. Und Korrektur in die Tiefe heißt halt, wir müssen uns nach unten orientieren. Was sind dann zunächst nach dem Bruch des Kauflevels hier interessante Marken? Das wäre zum einen mal der Drehbereich. Also als wir hier unten aus der Korrektur rausgekommen sind. Ganz grob über den Daumen die Marke von 0,69,78. Beziehungsweise dann etwas unten drunter bei 0,79,2. Das ist hier ein Kauflevel, was wir unten drunter haben. Das kann man noch tiefer springen. Ich habe es jetzt mal bezogen, weil ich nicht alles in die kleinsten Details mit reinlaufen möchte. Hier, das wird dann zu fein. Das kann sich jeder, der ganz kurzfristig tradet, selbst auch raussuchen. Diese Level, wie wir sie hier haben. Das ist sozusagen hier im untergeordneten Bereich, ganz klar sind das Anlaufpunkte. Aber mal bezogen auf das, was hier mit dieser dicken grünen Trendlinie eingezeichnet ist. Der nächste Anlauflevel für eine tiefe Korrektur wäre mal hier letzter Drehpunkt 0,67,77. Das ist entsprechend das Tief hier unten drinnen. Ansonsten, wie schon gesagt, ist das alles korrektive Phase innerhalb des Aufwärtstrends und die von mir markierten Bereiche. Das sind gute Pivot-Level im Sinne des entsprechenden Aufwärtstrends mit Blick in Austral-Dollar, US-Dollar. Wir machen weiter mit Euro-Kanadischen Dollar. Hier an dieser Stelle haben wir den Chart. Jetzt wird es hier bei mir ein bisschen laut im Haus. Sind heute ein paar Bauarbeiten. Ich hoffe, es stört die Übertragung nicht zu stark. Von der Seite her schauen wir uns das Ganze mal entsprechend mit an. Hier mit etwas Baulärm im Euro-Kanadischen Dollar. Also hier sehen wir den 4-Stunden-Chart. Der 4-Stunden-Chart, ich mache es mal kurz an, ist verortet definitiv. Wir sehen es hier in einem sehr, sehr schönen Aufwärtstrend am Laufen. Wenn wir uns das Ganze mal auf Tagesbasis anschauen, dann sehen wir hier auch ganz klar, der Markt ist aus dieser langen, weiten Seitwärtsrange zwischen 1,50, 55 und 1,54, 5 nach oben hin ausgebrochen. Schön dynamisch rausgelaufen, auch hier das Zwischenhoch rausgenommen bei 1,55, 3. Und dann sind wir reingelaufen bis hier oben hin in diesen alten Top-Bereich. Hier schaut mal, das war das Hoch hier drüben vom, wann haben wir es gehabt? Vom 18.3., 19.3., 18.3. hier in diesem Bereich. Nein, es war der 19. Tag ist nicht so wichtig. Hier oben die Verortung. Und da gab es sozusagen den Schub, den korrektiven Schub nach unten. Und jetzt ist der Drehbereich halt ein extrem interessanter, wenn wir uns das Ganze mal kurz anschauen auf der 4-Stunden-Basis. Warum? Schaut es euch, hier ist der laufende Aufwärtstrend. Und diese Marke hier um die 1,57, 1,58 in diesem Drehbereich, das war das Ausbruchslevel, als wir hier über dieses Spike hochgelaufen sind. Ich zeige es nochmal ganz kurz an. Ich mache die automatische Trenderkennung nochmal ein. Schaut es, hier oben hat uns der Markt nach oben getragen, zur Trendfortsetzung hochdynamisch nach oben gelaufen. Jetzt hochdynamisch nach unten gelaufen. Das könnte ein gutes Signal sein, wenn wir hier tatsächlich unten rumdrehen und schön wieder rauskommen, das Ganze hier nach oben zu treten. 1,59, 79. Das wäre mal zumindest das erste Anlaufziel auf der Chart-Oberseite, die wir hier haben. Und wenn wir das definitiv rausnehmen, das wäre ein schönes Zeichen. Und wenn wir dann mal auf den Monat schauen, wäre dann, wenn wir diesen Spike-Bereich da oben tatsächlich nachhaltig hinter uns lassen, der nächste Anlaufbereich hier oben mal die Marke um, ganz knapp 1,61,5. Das ist eine schöne Sache auf der Long-Seite nach oben hin. Heißt also an dieser Stelle hier das Ganze mit Blick in den 4-Stunden-Shirt. Sobald wir hier schön nach oben laufen, das heißt das Umkehrsignal, was wir hier drüben auch gesehen haben, dass wir das rausnehmen, das wäre ein gutes Zeichen. Für diejenigen, die sich das Ganze genau wie ich trendig anzeichnen lassen möchten, das ist mal der 4-Stunden-Trend. Die Bewegungen und die Korrekturen sieht man sehr schön in einer untergeordneten Zeitebene. Bei uns wäre das hier mal beispielsweise der Blick in den 15-Minuten-Chart. Und da sieht halt die Umkehr so aus. Ich skizziere das mal eben vor hier an dieser Stelle. Wir haben also diesen Kaufbereich hier, beziehungsweise die Support-Zone, die wir hier liegen haben, hier am alten Ausbruchslevel. Das wäre mal der Marker. Wir sehen momentan auch, dass wir hier den Abwärtstrend noch, sag ich mal, am Laufen haben. Also das, was wir hier haben, ist definitiv noch der Abwärtstrend. Das heißt, wir brauchen einen Aufwärtstrend. Das wäre mal das erste Indiz dafür, dass der Markt hoch will. Und das zweite Indiz dafür, dass der hoch will, wäre, dass wir hier drüber laufen. Das heißt, dass wir jetzt nicht nur einen Aufwärtstrend bekommen, sondern dass wir diesen Bereich hier auch rausnehmen. Und das wäre wirklich das interessante Bild. Und dann hätten wir schön die Chancen zur Chart-Oberseite. Und das nächste Level, was dann sozusagen kommen würde oder kommt, ist mal hier oben dieser Drehbereich, den wir hier haben, um die 1.58.8, 1.58.9. Und dann oben drüber selbstverständlich die weiteren Bereiche, also als Zielbereiche dann im Kurzfristbereich. Erstmal hier oben hier dieser Bereich um die 1.59, bevor wir dann oben wieder in die 1.59, knapp 8 auch reinlaufen. Das ist für die kurzfristigen Trader, die den 4-Stunden-Chart mal als Richtungschart vornehmen. Und wenn wir uns das mal eingezeichnen lassen wollen, hier an dieser Stelle, wir haben es halt da, wenn wir uns den Chart mal anschauen, den Chartverlauf. Ja, mag der gerade nicht zeichnen. Das ist der Aufwärtstrend auf der Stunde, schön nach oben gezeichnet. Und das ist das, was wir gerade an Korrektur haben. Die Unterseite ist natürlich auch noch da, wenn es tiefer runter geht, die Anlauflevel hier unten. Wir sehen es im 15-Minuten-Chart auch sehr, sehr schön. Der Drehbereich hier unten um die 1.56, 58 ist da. Und dann hätten wir hier mal im größeren Bilde die 1.55, 3 beziehungsweise die 1.54, 5. Und das Ganze noch verortet hier, hier oben, hier sieht man es im untergeordneten Zeitverlauf auch, dass hier dieser alte, ja sag ich mal, Schwungbereich zur Oberseite hin um die 1.55, 7, 1.55, 8. Die spielen natürlich auch eine Rolle, das Ganze hier zu sehen. Also das wäre dann hier sozusagen dieser Bereich hier um die 1.55, 8, 9, 7. Also hier unten dieser Bereich. Das ist immer nicht so genau auf die letzte Nachkommastelle festzumachen. Deswegen sind das Bereiche, wo man einfach hinschauen muss, wer das Ganze eng und nah treten möchte. Und dann haben wir hier natürlich sehr, sehr schöne Karten auf diesem Punkt. Dann hätten wir den Euro-Kann-Dollar damit besprochen. Und dann haben wir das dritte Währungspaar für heute Morgen. Und das ist der Blick in das Währungspaar Euro-US-Dollar. So, jetzt muss ich ihn kurz raussuchen. Da ist er. Das ist der Blick in den Euro-US-Dollar mal rein. Wir haben gesehen, was auf Tagesbasis hier gekommen ist. Das Kaufsignal von unten um die 1.14, 1.15 in diesem Drehbereich rein kam ja wirklich hervorragend. Schön dynamisch hochgelaufen. Das sehen wir hier an dieser Stelle ganz, ganz klar. 1.19, 0.88 war das Zwischenhoch. Das war auch das Vorwochenhoch. Jetzt korrigiert der Markt hier so ein bisschen das Ganze. Und wer sich die Korrektur ein bisschen anschaut, der wird sehen, wir haben hier unten ein paar Anlauflevel, die interessant sind. Und das Ganze schauen wir uns mal eben in den kleineren Zeiteinheiten an. Hier sehen wir es schön nach oben laufen. Hier auch mal noch den Zeitrahmen rein. Dynamisch ist das Ganze stark nach oben gelaufen. Wir haben es gesehen von unten raus. Das ist mal der Tag absoluter Bullenmarkt nach oben hin. Und wenn wir uns das Ganze mal in der kleineren Zeiteinheit angucken wollen, also den Lower Timeframe sozusagen, das wäre das, was hier läuft. Ich mache es mal etwas dicker, da kann man es etwas besser sehen. Hier an dieser Stelle schaut, das ist mal die letzte Aufwärtsdynamik, der letzte Schub hier oben raus. Und hier haben wir wichtige Punkte. Und die wichtigen Punkte, die wir hier haben, sind Nummer 1 erst einmal ganz klar hier die Marke von 1.17.3. Schieben wir drunter, ist das definitiv ein Zeichen für eine kleine untergeordnete Abwärtstrendbildung. Und diese kann dann natürlich, je nachdem wie weit das Ganze läuft, über die untergeordneten Level laufen. Anlaufmarker, die wir zur Unterseite für die Planung jetzt auch brauchen. Je nachdem, wie weit die Gegenbewegung kommt, hier 1.16.97, so um die 1.17. Und dann natürlich die größeren Ausbruchsbereiche, die wir hier auf Tagesbasis auch gesehen haben. Die haben hier im Kleinen auch natürlich die Rolle gespielt. Der Drehbereich um die 1.15.7 bis 1.16 hoch. Und dann hier, wartet mal, ich schaue mal, ob wir das zusammengerafft bekommen. Da sehen wir zwar die einzelnen Facetten nicht mehr so gut, aber wir sehen, welche Marke erst einmal wichtig sind. Schaut hier unten, die Marke um die 1.15. Das war hier, als wir diesen wichtigen Spike-Bereich oben rausgenommen haben. Dann haben wir hier bei 1.14.22 hier dieses Level, als sich dieser Trend nach oben hin dynamisch ausgebreitet hat. Also wir haben viele, viele Punkte auf der Chart-Unterseite, die wir zur Planung nehmen können. Und jetzt wird es halt wichtig, erst einmal zu sehen, was der Markt macht. Und wie schon gesagt, dieser Bereich hier unten, wichtigerweise, der hier ist erst einmal der, auf den es drauf ankommt. Wenn der rausgenommen wird, ist das definitiv mal ein Zeichen, dass wir durchaus etwas tiefere Korrektur sehen könnten. Wenn es hier allerdings zum Aufhalt kommt, dann haben wir gute Chancen, wenn der Markt hier tatsächlich in diesem Bereich um die 1.17 wieder nach oben rumdreht, hier das Hoch bei 1.19.088 mit anlaufen. Das ist der Blick in das Währungspaar Euro. Jetzt schaue ich noch mal kurz rein. Fragen zum aktuellen Marktgeschehen haben wir hier keine. Das heißt, an dieser Stelle sage ich einen ganz, ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Einen tollen Start in die neue Handelswoche. Und wir hören, lesen und sehen morgen wieder voneinander und miteinander das Ganze dann um 8.30 Uhr wieder live auf den Kanälen hier bei Facebook und auch auf Zoom. Wer noch nicht bei Zoom dabei ist, einfach anmelden. Ich zeige nochmal ganz kurz, wie es geht. Einfach hier mal auf die Website von Tickmill gehen. Ich weiß ja, dass diese Videos viele im Nachgang auch immer anschauen. Website von Tickmill und dann einfach auf Werkzeuge, Webinare und dann sehen Sie hier drinnen das Ganze. Auch mit drinnen hier die täglich neuen Handelsideen. Einfach draufklicken und dann an dieser Stelle anmelden und fertig ist. So schnell und einfach geht das Ganze, ist kostenfrei und bringt einen Einblick in das, was wir hier immer machen. Und die, die live zuschauen, haben halt auch die charmante Chance, sich Live-Märkte auch mal direkt analysieren zu lassen. Also, ich sage danke, einen guten Start und bis morgen. Bye, bye. Tschüss.